da ist ja gut du musst dich doch nicht gleich aufregen schon wieder hunger okay schnell oder ja also das mit dem hunger du das ist aber ich habe jetzt gerade drei fische gefressen normalerweise welche jetzt brechen satt aber ein spiel für mich ja die sagt man ein bis zehn fische gehen noch und der heißt wieder da also wir dürfen jetzt nicht mehr spontan tauchen weil er greift halt sofort an und das ist blöd und da wir jetzt schon tief müssen müssen man gleich mal irgendwie ablenken oder so haben die scheiß möwen uns zwei von den sachen weggefressen das kann doch nie wahr sein was ich hab du tränken ja das ist immer beruhig auffüllen wir da und auf und auf und wird essen will so einer ist immer nur am essen aber wir ich habe da haben draufgelegt die müssten jetzt eigentlich ganz gut füllen gemacht wie wir hier damit das nämlich auch fertig wird das essen ein haus bauen können ja heihappen verbrauchen leider mehr als zwei holzplanken das wohl war ananas sahen schrott stein lege ich hier mal ein bunt barsch drauf also auf der insel an sich kann man glaube ich nichts bauen man muss das schon auf der eigenen insel bauen weil ich kann ja nichts bauen ich muss es auf der eigenen insel bauen ach ja doch auf unserem raft okay ja wir können hier natürlich mit weiß ich also hier muss man ein bisschen fantasie entwickeln dass man vielleicht mit so plattformen oder so weiter kommt also ich könnte jetzt zum beispiel eine treppe bauen die so in die richtung da hoch geht ja könnte ich machen müsste ich aber noch zwei drei mal machen um das hochzukommen ja einfach machen einfach mich nicht immer mach einfach ich bin ich weiß ja auch nicht alles in diesem spiel deswegen mach ruhig das ist alles legitim hier wenn schief geht ist es halt ein versuch wir müssen es lernen und weil ich habe hier so viele sachen jetzt habe ich gerade in rohen fisch gefressen weil in dem moment wo du gefragt hast hier eine möwe war dann habe ich natürlich wie ich bin instinktiv was gedrückt und dann haben wir einen rohen fisch gefressen das ist natürlich wenig sinnvoll jetzt ist die frage wie baue ich jetzt hier oben ein erhöhter boden das wird es nicht doch nicht ein erhöhter boden gibt es aber fundament gerüst rüstung hat da foundation das waren wir dran bauen können da muss ich dafür einmal hoch hast du eine ahnung da der rekt nein 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 ich habe keine ahnung wie gesagt ich bitte dich da einmal einfach selber zu machen ich bin gerade mit ganz vielen sachen beschäftigt und überfordert scheiße ok so dass meine herausforderung herauszufinden muss ich mal eben hier so recht zweiter ebene bauen oder da hatte man wir bauen die zweite etage hatte jemand geschrieben das klingt doch sie jetzt live im internet ja muss ich ja ja okay wie gesagt ich habe das baumenü von refter nie nutzen wirklich nutzen können also insofern ja ich hab noch nicht ich muss ja hier aufpassen wegen der möfen geschafft also machbar ist das ich weiß nicht da eine treppe dran geht wahrscheinlich nicht ne kannst du nicht hier eine bodenplatte einfach dran machen aber das reicht wahrscheinlich auch nicht eine bodenplatte und eventuell hier so ein stift fuß hier wie also so eine säule säule ja das habe ich auch habe ich auch gesehen ist gerade ich glaube um eine säule rum kannst du immer sozusagen vier bodenplatten machen soll in der mitte und dann jeweils an jeder ecke eine bodenplatte weiter reicht die nicht an jeder okay so das heißt ich brauche hier eine säule hin dann könnte ich jetzt schon ein paar bodenplatten da das hat ja nicht so geklappt wie ich muss vielleicht kommt das ja noch weil ich brauche planken ich kann nicht weit genennt wird weiter arbeiten ich bräuchte gleich planken ich habe ein haiköder das heißt aber da muss hier oben einer die stellung halten deswegen lasse ich dir jetzt erstmal dein bauprojekt da hinten bin ich ja sehr dankbar für ich halte mich jetzt zurück und warte bis du es geschafft hast dass wir da hochkommen ich schafft das blöde ist halt dass wir zu wenig planken wahrscheinlich haben für das problem ich brauche jetzt auf jeden fall noch ein paar planen wir haben keine mehr hä warum haben wir plötzlich keine klanten mehr weil wir so gut wie keine gesammelt haben und nicht genug hervorragend hatten fuck das ist jetzt ärgerlich da gebe ich dir recht die beiden bäume haben wir gemacht diese haben wir niedergestreckt ich traue mich hier noch nicht weg wir haben hier noch was oder kann ich das endlich ernten nein weil ja gleich wieder so eine mistmöwe kommt das einzige was ich gleich noch machen kann ist ein haiköder werfen und da unten noch was abbauen oder wir segeln irgendwann mal weiter gerade mal dass wir die netze voll kriegen so ich platziere mal noch mal ein bisschen fisch überall das passt hier nicht hin flossen das ist cool dafür brauchen aber pflanzen glibber fernglas will ich noch nicht haben so mann und essen hat die schnauze ja auch ab ich habe ihn vertrieben oder sie hat jetzt schon mal die nächste kann ich sein so um die brauchen wir uns nicht mehr kümmern ich habe mal geerntet höre doch mal auf in unsere netze reinzubeißen verkeimter scheiß drecks und der kriegt es natürlich noch kaputt weißt du ein blödes schiech ich mag den auch nicht ganz widerlicher schmiss gesetzt ja schön finde ich das auch nicht weil ich suche auch die ganze zeit sachen das ist natürlich alles weil ich auch nicht weiß wo was ist hier nasser ziegel ton habe ich noch nicht ausstattung also da haben wir noch nichts zu warum nicht aber warum finde ich das denn in unserem buch nicht dass ich wenigstens eine taucherflasche oder so herstellen kann habe ich die denn schon wieder überlesen uhr so wir haben zu wenig planken dann müssen wir die segel essen naja warte warte wir haben wir haben zwei möglichkeiten ich habe wie gesagt ein haiköder ja ja das heißt wir können den haiköder schmeißen und noch ein bisschen tauchen gehen ob wir da unten sehe ich auf jeden fall noch ein bisschen was das können wir machen oder wir segeln weiter weil was wir brauchen könnten wären pflanzen glibber da weiß ich aber nicht wie ich da dran komme das muss alles noch getestet werden das ist halt das problem aber einer muss faktisch immer auf dem boot bleiben ne um hier sicherzustellen dass der hai wenn er reinbeißt und so weiter wie sollen wir das machen also mein plan ist du wirfst den köder ich schwimme da hinten rüber hol die beiden kisten in der hoffnung dass da genug planken drin sind komm wieder zurück du warmst in der zeit Wasser und ich nutze auch noch die zeit und fahren dann auch noch unter Wasser und gegebenenfalls haben wir dann noch ein paar planken um da irgendwie hochzukommen mhm ein plan mit hoffnung okay dann mache ich mal eben meinen frischwasserspeicher hier voll und dann schmeiße ich das den haiköder jetzt sozusagen ins wasser ich weiß auch nicht ich schmeiße den einfach hier rein ne ob das so schlau war weiß ich nicht aber kann man den noch mal greifen ne der schwimmt da jetzt ich finde ich selber auch nicht ein hai ob der jetzt da hinkommt oder so da oh mein gott stechen so jetzt kannst du ans wasser schwimmen ist der hai schon fertig oder wer hat mich da gerade angegriffen ich weiß nicht wer dich angegriffen hat ich hoffe nicht dass das der hai ist ich werde angegriffen also ich gehe aus dem wasser raus ach du scheiße ich bin fast tot ach nein nein ich bin doch noch hier am schwimmen bitte nicht ich komme tja der haiköder scheint nichts besonderes zu sein hat man denn gar keine chance da hoch zu kommen er wird mich jetzt gleich einmal angreifen ich hoffe du schaffst es ja wie viele planken habe ich gekriegt sechs toll aber ich glaube sechs brauche ich sogar ja ich könnte jetzt noch einmal hoch bauen wird das denn was meinst du ich mache das jetzt einfach mal ist auf jeden fall nicht mehr weit weg man kommt so schon sehr weit hoch also von meiner position hier unten bist du aber noch meilen entfernt ja aber so werden wir es schaffen zumindest bei der nächsten insel die ganz anders aussehen kann aber grundsätzlich müssen wir noch gucken wie wir dann so auch an die insel rankommen aber dann würde ich sagen jetzt wird es eh diesig legen wir ab war legen wir ab der scheiß hei gönnt es uns ja nicht weil ich hasse den ich muss was trinken gehen ich habe oder meine figur zumindest hat echt du hast glück 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 ja ich kann auch den ganzen tag ja aber du siehst der haie interessiert sich dafür nicht der kleine wichser müssen wir noch mal gucken es gibt glaube ich auch haiköder die kann man irgendwie festmachen ich vielleicht habe ich auch falsch verwendet aber hey das war doch alles kostet nichts wichtig ist die insel ist weg wir legen ab sehr gut dann müssen wir hier die netze als nächstes irgendwie ersetzen jetzt muss ich mal eben gucken wie war das ja erstmal auch mal jetzt ein bisschen ein bisschen holz wo sind denn die netze die netze findest du oben links bei der kiste und da steht sammelnetz ja 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 ich brauche vier planken und eine menge seien und nägel so eine kiste eine kiste eine plank hat uns schon mal wieder erreicht da kommt jetzt wenn ich jetzt wieder los irgendwas plätschert hier ich höre doch ich habe 18 nägel gemacht die lege ich dir mal in die zweite kiste novo FM fern fern fern